Ihr hättet mich nicht wecken sollen. Es musste sein, dein Blut, dein Arm, dein Hand, kann uns jetzt erlösen. Warum sollte mich das interessieren? Dein Volk braucht dich. Mein Volk? Ihr seid bloß noch schaden dessen, was ihr eigentlich wart. Seht doch, wie weit ihr gefallen seid. Dein Blut, dein Arm, dein Hand, kann uns jetzt erlösen. Dein Blut, dein Arm. Dein Blut, dein Arm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020